Ach, das ist ja direkt ums Eck auch. Ist aber schön. Naja. Mal gar nicht so weit reisen. Freu dich nicht zu früh. Oh Mann. Was kündigst du mir da wieder an? Hier, du darfst den anderen drauf machen. Oh. Okay, aktiviere die Damen. Hoppla, ich höre den Zug, er kommt. Aber das wird was. Ja. Das war zu früh. Aber hallo. Äh, wo ist jetzt der andere Hase hinten? Ah, da hinten. Wow. Wow. Okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Okay. Das Uhr auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rapsong von mir. Guter Rapsong, gut gemacht. Super. Die nächste. Oh, ist das cool, dass man hier so hochkommt. Der nächste Eminem. Klick, klack. Ich bin drin. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ach, ist der Wahnsinn. Ich dachte, ich wäre in einem Zug. Das sieht aber nicht so aus hier. Natürlich. Wo sonst? Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind auf der anderen Seite. End of the line. Das passt ja. Du bist schon wieder hier vorne. Oh, das hat sogar Level 16er Schilder und so im Verkauf. Oh, hier rumpelt es aber ganz schön hier. So, ich glaube, das ist eine Schild aus dem Angebot, muss ich mir holen. Ich habe so lange kein Schild mehr gehabt. Ich habe noch ein... Okay, Level 13 ist gar nicht mal so schlecht, aber das ist hier besser. Na dann... Der nächste Schild ist... Aha, aha. Ach, diese Longbook-Rananten. Oh, ich habe diese Vibration in meinem Controller nicht abgeschaltet. Das ist so völlig... Wenn das immer so rumpst, dann vibriert der Controller. Na super. Oh, ist das cool? Alles wackelt. Super. Oh. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Also, wenn ich ein volles Schild habe, ich habe mir so ein Schild gekauft, das hat auch noch eine Spezialeigenschaft. Das hatte ich schon Nova, was anderes und jetzt habe ich nochmal Schaden durch verstärkte Schüsse. Wenn mein Schild voll aufgeladen ist, verbraucht mein nächster Schuss mehr Schaden. Also, macht mein nächster Schuss mehr Schaden. Mal gucken, wie viel das sein wird. Ich gucke mal gerade. Ah, hier Ladeverzögerung. Nahkampfangriffe. Ah, so viele. 508. Explosion. Vollständig aufgeladen werden. Bla, bla, bla. Ah, das ist natürlich geil, aber verringert die maximale Gesundheit. Das ist natürlich auch nicht so der Oberburner. Na, ich warte mal noch schildtechnisch, bis ich was Besseres habe. Das kann noch nicht das Beste sein. Oh, okay. Äh, what? Oh, nicht schon wieder diese Dingens. Ach, der auf dem Boden hat noch gelebt. Ja, ja, der lebt noch. Hat vor sich hingeschossen. Also, ich kann jetzt auch sagen, dass ich hier bis zu erwisch den Zug, also diese Mission habe ich noch gespielt und danach ist für mich auch blind. Dann weiß ich nicht mehr. Ah, cool. Hat dich das so deprimiert, dass es so schwer war, dass du dann aufgehört hast? Ne, ich weiß nicht. Ich habe dann irgendwie nicht mehr weitergespielt, weil ich es dann irgendwie, ja, war immer dasselbe. Und dann halt auch wieder diese Roboter hier. Ja, bei den Robotern vergeht einem schon manchmal so ein bisschen die Lust. So ein ganz kleines bisschen. Ja, die müssen nett sein. Nicht wirklich. Oh, ist hier noch irgendjemand? Hallo? Hier um die Ecke? Ja, da ums Eck. Around, arounds Ecke? Ah, come on. Lasst es. Schön mal zu. Mit deinem blinkenden Auge. Oh Gott. Oh Gott. Ne, der lebt nicht mehr. Ah, da oben ist wieder so eine Drohne hier. Wuhu. Nein, 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 nein. Achtung, XP-Loader. Ich meine, es ist ja gut, wenn die sich selber zerstören, aber... Ah! Ups. Du siehst sehr elektrisiert aus. Ja, es macht Spaß. Ich mag es elektrisiert zu sein. Britzel! Da. Seid ja fertig, ihr Dreckssäcke. Ihr Säckdrecke. Hups. Ganz genau. Wo ist denn diese blöde Drohne jetzt hier wieder? Ihr Priesterschweine. Oh. Oh, komm her. Munition. Was, ist zu schnell? Ja, die ist verdammt schnell. Wo ist es? Da. Dammit. Ich kann die auch nicht festhalten. Ich hab's erwischt, aber es ist nicht gestorben mit einem Schuss. Verdammt. Ich würd sie ja gern festhalten. Da kommt sie. Mist, hätte ich jetzt mal gerne probiert, ob ich sie festhalten kann. Ah, das wär ne Idee gewesen, ja. Machen wir bei der nächsten. Au. Ja, da. Du hast gleich deine Chance. Du hast gleich deine Chance. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? War ich? Ich seh nix. Ah, Moment. Ich muss hier raus. Shit. Ah, da. Ups. Oh. Aber ich glaub, es kommen noch mehr, also. Ah ja. Oh, geh weg. Sprengt euch doch alle in die Luft. Wie der noch auf dem Boden weiterfliegt. Geht's? Scheiße. Pass auf, der hat noch gelebt, der auf dem Boden. Nein, echt? Ja, der ist auf nur zwei Armen und ohne Beine weitergekommen. Nein, wirklich? Ja. Mensch, hätte ich ja jetzt gar nicht gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, siehste, weil du bist direkt auf ihn zugerannt. Das sah sehr suizidmäßig aus. Ja, ich hab auch nur noch 19 Leben. Ah, neuer Spieler-Skin verdient. Ja, okay. Ja, super. Oh Gott. Lass irgendwo Gesundheit sein. Oh, what the hell? Der Schild. Oh, ich hab mir grad eben ein Schild gekauft. Dann kannst du den Schild nehmen. Hier sind mehrere. Nice. Nimm diesen. Der hintere Schild da. Alles sehr cool. Ja, ja. Willst du noch einen davon haben? Ja, ich nimm mal den. Oh, warum ist das? Moment, da muss ich die... End of the line. Genau, das ist die... Der Abschnitt, wo wir gerade sind. So heißt der. Hab ich... Ja, aber... Ach so, ich dachte, das wird irgendwie, weil das so gelblich ist, eine andere Farbe halt, dass man halt nicht zurückreisen kann hierher oder so. Nö. Äh... Was haben wir da? Kapazität, das ist auf jeden Fall das Besser. Feuerschaden. Hm. Hm. Ich glaub, das Schild behalte ich erstmal. Brauchst du das blaue Level 16er Schild, was da lag? Das ist ziemlich gut. Hm. Nee, ich glaub, ich hab hier schon eins, das mir ziemlich gut dienen wird. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Who the fuck? Wie der diese... Ja, Wilhelm schon wieder. Schon wieder dieser Wilhelm? Das weiß ich jetzt auch nicht, also den kenn ich auch nicht. Oh oh. Oh Jesus! Das ist Wilhelm! Der Schlüssel ist nicht im Zug. Mission abbrechen, Soldat. Sorry, aber den Wilhelm... Den kann ich nicht hochheben. Das ist nicht gut. Oh shit, Mann. Wilhelm hätte uns in New Haven beinahe alle gekillt, ohne selbst einen Kratzer abzukriegen. Wenn es zu heftig wird, fliegt. Oh shit. Ja, vor allem ruckelt das hier wieder wie Hölle. Ah, diese blöden... Komm schon, du kriegst jetzt eine Granate, ey. Das ist mir jetzt echt besch... Oh man. Oh Gott! Ja, das hab ich abgesehen. Schreibt sie aus! Juppie, juppie! So, erstmal diese Roboter hier töten. What the hell? Got it? Ah! Ah, ich hab keine Granaten mehr. Ah, ich wollt grad weglaufen! Es war nicht weg. Oh! Oh, bist du, bist du, bist du... Ah, sie sind alle zu weit weg. Ich kann grad keinen von ihnen... Oh Gott, weil... Oh! Ja, ich tu mein Bestes! Yes, 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 yes. Weg, 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 weg. Ah, Bewegung, Bewegung, Bewegung... Oh Gott! Mist! Egal, kein Problem. Ah, scheiße! Ähm, ja, ich bin jetzt auch grade... Hier, hier ist ein Verletzter. Hier, links, links von dir. Mach den kaputt. Ja, komm, lad nach, lad nach. Ja, das kriegen wir hin. Das geht, jawohl. Was ist denn der blöde Sack hier? Gut, den Bär, der ist, den kriegen wir auch noch. Ah, der Leben! Der Leben! Ja, das ist richtig übel. Moment, ich komme. Hab ihn, hab ihn. Machst du den? Gut. Wow! Ich mach hier kritischen Schaden ohne Ende. Das interessiert ihn gar nicht. Boom. Oh, scheiße, keine Munition mehr. John. Ey, geh weg mit deinen blöden Granaten hier. Mach auch die ganze Zeit kritischen Schaden. Das ist echt krass, wie viel der aussieht. Ich glaube, hier hätten wir ungefähr Level 25 gebraucht oder so. Geil, der geht gut. Oh, was kommt denn da hin? Kannst du vielleicht seine kleinen Bots übernehmen, während ich ihm weiterhin in den Kopf baller? Ähm, was ist mein Constructor hier? Oh, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Oh, hier waren Felsen links neben mir. Fuck. Oh, come on. Oh, was? Warum bin ich da wieder gefahren? Oh, scheiße. Okay, das war komisch. Ach, wenn man öfter hintereinander stirbt, dann hat man immer weniger Countdown, oder wie? Keine Ahnung. Versuch durchzuhalten, bis ich da bin. Keine Ahnung, ob sonst der Kampfer ist. Ja, dieser PWA-Loder, den könnte ich kriegen. Komm schon, du. Ja, ja, komm, das geht, das geht, das geht, das geht. Den krieg ich, jawoll. Am Arsch, mein Freund. Am Arsch. Nice. Wow, 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 wow. Hallöchen, Popöchen. Wirklich? Ja, komm schon. Dieser blöde... So, hab ihn. Oh, shit. Die werfen hier ständig. Oh, da hinten ist Gesundheit. Bullloader, was hat der für schöne Sachen hier? So. Au. Au. Oh, shit. Da war ja jemand. Bewegung, 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 Bewegung. Ah, fuck, dieser Schade. Oh, shit. Leckt mich an gewissen Körperteilen. Oh, die sind Arpeggile oder kriege ich aber nicht mehr, ja. Ich schwäch den mal für dich ein bisschen. Ja, danke, danke. Fuck, der ist sehr schnell umgefahren. Äh, ja. Äh, Hilfe. Warte mal, da hinten. Oh, das ist so ein Shield-Bot. Komm. Oh, okay. Nee, das überlebe ich nicht. Das geht nach mir Schaden oder was? Ich bin da mal gestorben und komme gleich wieder. Boah, ist das übel. Scheiße. Hattest du geguckt, welches Level man braucht, um diese Mission zu bestehen? Nein, ist egal. Schaffen wir. Ja, schaffen wir. Fragt sich nur wann. Morgen früh. Hups. Kriege ich hin. Das kriege ich hin. Yes, der ist auch weg. So, die ganzen anderen Viecher sterben nach und nach. Das ist toll. Die kommen aber auch nach und nach wieder. Oh, dieses Mal bin ich wieder instant gestorben. Ich bin umgefallen, war sofort tot und weg. Ah, Gott. Ja, doch. Kriege ich wieder einen hier. Oh, da ist ein Reparaturport. Wo ist denn der Reparaturport? Wo bist du? Da. Ich glaube, unendlich kann er die nicht wieder bringen, weil da ist jetzt jedes Mal ein Zug weggeschleudert und dann von unter dem weggeschleuderten Zug waren noch Roboter. Scheiße. Boah, wie übel ist das denn? Oh, und mein Spiel ruckelt ohne Ende. Diese Jetloader, die... Scheiße, ich werde auch wieder sterben. Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Rauch und... Ich versuche, ich bin direkt unter ihm die ganze Zeit. Ja, das ist... Decheckt ist irgendwie nicht. Ich bin jetzt gerade mal wieder gestorben. Ach, das schöne Geld. Alles weg. Boah, ich kriege den noch kaputt. Mach eh noch alle! Ein Schuss noch! Ein Schuss noch! Yes! Jetzt habe ich das gar nicht gesehen. Was soll ich schnappen? Irgendein Kern? Den Schild, äh, den Kern, den er fallen gelassen hat. Der liegt doch... Oh, was hat man denn hier? Eine Waffe... Au! Ja, leck mich. Ey, ey, ey! So, jetzt aber Ruhe hier, meine Güte. So, da vorne liegt es. Das... Experimenteller Energiekern. Ein experimenteller Hyperion-Energiekern. Er sollte genug Energie haben, um Sanctuaries Schilde für immer am Laufen zu halten. Schön. So, so einen Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Nyaaah. Wow, bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt kommt es richtig dick für euch. Sorry, wegen der falschen Info. Ich dachte wirklich, der Kammer-Schlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mache ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Was meinst du, Bloodwing? Was meinst du? Was meinst du, Bloodwing?